Hannes, ich mach's mal anders. Ich geb dir mal hier irgendwas Altes. Hier. 98er. Ein 98er, Level 40er. Kogowai aus 2007, weil's schon alt ist. Müsste natürlich, äh... Könnte. Muss nicht, aber könnte natürlich jetzt besser Lucky werden direkt. Wenn man alte Sachen tauscht anstatt neue. Weil ich bei den neuen grad nicht durchblicke, was da für Zeugs rumhängt. Deswegen geb ich dir jetzt einfach ein paar alte Sachen. Für die Iskala. In der Hoffnung, dass das Iskala dann Lucky wird. Was haben wir noch dran an Sachen, die ich nicht brauch, die ich weghauen kann? Die Geowards, die zwei Gemaxten auf 40. Können wahrscheinlich auch noch fort. Ja, 2017. Das passt. Ja, komm, hier das... Geowards, Level 40. Packen wir auch mal weg. Da hat der Hannes ein paar schöne Klopper auf seinem Account, die trotzdem schon Level 40 sind. Vielleicht kann er ja damit was anfangen. Vielleicht, wenn's dann Lucky wird, vielleicht hat's auch noch richtig gute IV und er kann die dann auch noch mitnehmen. JSON-HD kann ich mir auch mal aufschreiben. So, probieren wir's nochmal. Wir haben nämlich noch eins. noch ein Level 40er, glaube ich, aus Hildburghausen von 2017. Hauen wir das auch noch weg. Garados kann auch weg. Jetzt lass doch mal Garados in Ruhe. Das kann doch auch nix dazu. Obwohl an sich, gut, ich hab ja einen 100er und hab das Gemaxt und auch auf 50 gezogen. Was will man jetzt 2000 Garados haben? Ist auch wieder nichts geworden. Ihr seht, das ist echt schwer. Selbst mit alten, vergammelten Pokémon. Aber egal. Vielleicht hab ich dann noch ein Stream-Highlight, wenn ich das jetzt noch weghaue. Dann nehmen wir hier unser schönes 2017er Hildburghausen Hytera. Was ich immerhin in Weidersroda in die Arena gesetzt hatte. Hauen wir das auch noch weg. Vielleicht kriegt er da noch was oben drauf. Habe noch Iskala da. Auf die Dicken. Das ist mein Trainer-Code. Wie geht es euch? Und Dragoran. Hey Ramon, immer noch live. Danke fürs Leveln heute. Ja, das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Heute gab es richtig viele Level-Aufstiege. Ja, dann hauen wir halt das Garados auch weg. Das ist sogar von 2016. 2016er Garados mit 91%. 15 Angriff. Auf Level 40 gepusht. Einfach weggehauen für ein Bonbon. Ramses, was ist dein ältestes Pokémon? Gleich nichts mehr, weil ich gleich keine mehr hab. Und das ist trotzdem nicht lucky. Nein! Aber wir haben ja noch ein Garados. Dann hauen wir das einfach hinterher. Moment. Wir hauen das andere Garados auch weg. Ist sogar noch besser. Auch 2016. Oktober. Level 40. 15 Angriff. 93%. 3000. Über 3000 WP. Geh auf Reisen, kleiner Freund. Iskala hat kein Respekt vor deinen alten Pokémon. Und? Nix. So ein. Was soll man denn noch machen? Finisher Raid Boss würde jetzt gehen. Die Liste verlassen. In 120 Tagen zurückkehren. Das kannst du gerne machen. Ähm. Ja, das machen wir so. Genau. Tu du mich mal raus. Da muss ich nix machen. Hier gibt es noch ein Level 40er gemaxstes Maromai von 2017 hinterher. Vielleicht wird das ja was. Maro muss weg. Genau. Hau es einfach alles weg. Egal. Braucht man nicht mehr. 9000 Kilometer. 96%. Wie viele Raids habe ich damals gemacht? Damit ich die Viecher kriege. Damit ich die jedes Mal mit 20 Bonbons fangen kann. Damit ich die maxen kann. Damit ich alles damit gemacht habe. Und mittlerweile ist man so verwöhnt. Und auch wieder nix. Ey. Das gibt es nicht. Iskala, Iskala. Was machst du da? Ist kein Hunderter. Kann also weg. Ja, ja. Thomas. Ich meine gut. Es ist. Es hatte einen Seedate danach. Und es ist jetzt kein seltenes Pokémon. Ja. Also kann es ja wirklich weg. Hier. Dann nehmen wir das 96er halt auch noch hinterher. Von 2017. Ein ehemaliges Kumpel-Pokémon. Genau. Haus doch weg. Was weiß ich denn. Wir waren mal Freunde, aber jetzt nicht mehr. Aber vielleicht. Jetzt dürfte es eigentlich erst recht nicht lucky werden. Jetzt müsste es eigentlich traurig werden. Ein ehemaliges Kumpel-Pokémon gemaxed. Auf Level 40. Mit 96%. Nix. Wir haben noch was. Moment. Moment. Ja. Hier. Das geht erstmal noch weg. Blitzer. Das war mein bester Elektroangreifer damals. Tun wir den noch fort. Und Pyrox. Das bringt mir hier nichts. Beziehungsweise. Ich suche ja gerade nur Iskala-Lucky. Aber gut. Du hast ja vielleicht ein paar Iskala- Oh. Und was für ein hässliches Level. Was ist das denn? WP 12. Ey. Da waren so viele große Klopper dabei. Mit 500 WP. Fast 600 WP. 400 WP. Und was? Was wird Lucky? Das WP 12er. Und jetzt noch die IV abchecken. 12, 14, 15. Ja. Ist das. Dürfte es sein. Okay. Wenigstens hat es geklappt. Das Blitzer hat also den Hintergrund erleuchtet. Und hat dafür gesorgt, dass das jetzt Lucky ist. Das Blitzer hat auch nicht. Das Blitzer hat moment. Billigstens hat immer noch immer Lynn GETH. Und wiederholfen hier. Bye. Ehan м